Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei mir, soll ich sagen im Lockdown, also draußen regnet es zumindest gerade, man kann jetzt wirklich nicht so wirklich raus, es ist ekelhaft kalt und so. Und da dachten meine kleine süße Erdbeere und ich, bleib hier, sitzen bleiben, dachten so, okay, wir gehen ans Keyboard und ja, da sind wir jetzt gerade und ich lerne nämlich gerade den einen Boogie und meine Erdbeere unterstützt mich und guckt zu, wie ich das mache. Und ja, heute möchte ich euch mal zur Abwechslung nur die linke Hand zeigen, was die linke Hand spielt, die rechte ist auch da, aber die darf heute schlafen und Pause machen, obwohl ich die rechte Hand auch kann, aber ich finde irgendwie links total cool und es macht mir total Spaß und vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Spaß mit diesem kurzen kleinen Videoschnipsel. Und ich hoffe, ich verspiele mich nicht, ansonsten geht das hier heute noch bis morgen früh. Okay, fangen wir mal an. Hey, 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 Leute, es hat geklappt, man, es hat wirklich geklappt und das Video geht jetzt nicht bis morgen früh, wie ihr seht. So, und hier bin ich nochmal kurz mit meiner Erdbeere. Ich wollte ja nochmal mich kurz nochmal so zeigen, ja, und mich bedanken fürs Zuschauen. Ähm, ja, wenn euch das Video, das kleine Video gefallen hat, ähm, was weiß ich, liked mein Video, schreibt einen netten Kommentar und, ähm, was weiß ich, ich, äh, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde mich eigentlich auch mal freuen, wenn ihr auch ein paar Videos dreht, die ich mir dann mal angucken kann, weil, wie gesagt, wir sind ja gerade im Lockdown, können nicht wahnsinnig viel machen, gerade wenn dann auch noch so ein Mistwetter ist und, ähm, was gibt's da nicht Besseres als YouTube? Also, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss!